Willkommen zur zweiten Folge des 3ds Max Tutorials. In den Kommentaren wurde gefragt, ob man auch Blender verwenden kann für Lotus und das ist natürlich der Fall. Nicht, dass es da irgendwie zu Missverständnissen kommt, also ihr könnt natürlich auch mit Blender Objekte für Lotus erstellen. Auch ist es so, dass der Lotus spezifische Teil noch kommen wird, also wie gesagt, das ist aktuell nur die Grundlage und ja, deswegen geht es mal los. Wir hatten mal in der letzten Folge die Box erstellt, das können wir gleich nochmal machen. Und dann möchte ich noch kurz was zu dem zweiten Reiter hier erklären und dann möchte ich noch kurz was zu den Viewports erklären. Die Viewports sind in der Hinsicht interessant, wir haben ja wie gesagt vier Viewports, Top, Front, Left. Da ist es so, dass die Top, Front und Left Viewports im Wireframe-Mode sind, man sieht nur die Outline von dem Objekt. Und hier dann im Perspective Viewport sind dann Texturen, auf die kommen wir vielleicht heute auch noch und weitere Stuff dann zu finden. Das Ganze kann man natürlich umschalten. Ich könnte jetzt hier, wenn ich auf links klicke, auf die möglichen Attribute klicke, kann man hier zum Beispiel einstellen, dass man Realistik halt mit Farben hat und so weiter und so fort. Also kann man sich mal durchklicken, ich empfehle aber das so zu lassen. Dann was noch wichtig ist bei den Viewports von den Größen her, sieht man hier, dass diese Grundfläche, die man hier hat, die ist 150x150 Meter groß, also kann man da ungefähr auch Größen abschätzen. Und natürlich dann noch die Striche, die hier sind, da sieht man ja immer mal die grauen Striche und dann andersgraue Striche. Das wird wahrscheinlich im Video überhaupt nicht drüber kommen. Aber man sieht auch hier, dass pro Strich 10 Meter sind. Und dann gibt es hier drüben noch so einen andersgrauen Strich. Wenn man jetzt mal rauszoomt, sind das 100 Meter. Das noch kurz dazu. Dann natürlich wichtig, wie bewegt man sich. Also man hat ja die Verschiebemöglichkeiten mit Maustaste gedrückt. Und wenn man Alt gedrückt hält und die Maustaste drückt, kann man sich hier drehen, um den Mittelpunkt. Das heißt also, man kann auch dann, wenn man sich bewegt hat in dem Viewport, dann wird das Ganze auf Autographic umgeschaltet. Also nicht mehr eine bestimmte Ansicht, sondern irgendwas. Und dann kann man mit diesem Würfel hier oben dann das Richtige wieder einstellen. Wir hatten Top. Man kann aber halt in 45 Grad Schritten hier das Ganze umstellen, wie man es gerade hätte. Die kleinen Pfeile sind natürlich dann für Top da. Und was wichtig ist, man kann dann mit diesen kleinen Pfeilen hier die Richtung einstellen. Das heißt, jetzt ist die ursprüngliche Ansicht wieder hergestellt. Man hätte auch auf Top klicken können. Und dann wäre es auch wieder so. Das heißt, hier kann man ein bisschen rumprobieren. Beziehungsweise, wenn man jetzt hier auf das Haus geht, hat man hier, ich frage mich überhaupt, was das sein soll. Vielleicht doch kein Haus, aber auf jeden Fall wechselt man dann in den Perspective-Mode. So, kommen wir nun weiter zu dem zweiten Reiter. Das hatten wir schon behandelt. Das heißt, wir machen erstmal wieder ein editierbares Poly draus. Wie gesagt, rechtsklick auf die Box und dann editierbares Poly. Und dann möchte ich euch noch kurz ein paar Funktionen vorstellen. Wie gesagt, es ändert sich ja immer, je nachdem, was man hier markiert hat, ändern sich immer die Möglichkeiten, die man hier hat. Also, wenn man jetzt gar nichts markiert hat, dann hat man ja das Objekt im Ganzen. Mit dem Objekt im Ganzen kann man natürlich dann, wenn man runterscrollt, diverse Sachen vornehmen. Was ganz wichtig ist, ist natürlich dann die Attach-Funktion. Das heißt, wir erstellen uns mal kurz, indem wir auf den Creator-Reiter gehen, ein zweites Objekt. Das konvertieren wir auch in ein editierbares Polygon. Gehen jetzt hier wieder auf das erste. Zugegeben ist ja auch egal, welches Objekt wir nehmen. Es ist in der Hinsicht egal, aktuell. Aber ansonsten hat das natürlich Auswirkungen auf den Pivotpunkt, welches Objekt man als Ursprungsobjekt nimmt. Wenn wir dann auf Attach klicken, dann können wir das andere Objekt auswählen. Beides mit links. Man muss natürlich auch aufpassen, dass hier Attach noch ausgewählt ist. Und dann kann man das Ganze zusammenfügen. Wenn man jetzt sagt, okay, das möchte ich gar nicht, dann geht das natürlich auch die Detach-Funktion. Das heißt, wir markieren uns jetzt wieder das restliche, das andere Objekt komplett. Und können dann per Detach das Ganze wieder zu Objekt 001 auseinanderführen, wenn wir es malen. Auf weitere Eigenschaften gehe ich dann später ein. Aber das ist so eine Funktion, die man halt sicherlich auch gerne mal braucht. Gehen wir mal weiter. Beim Vortex ist immer dann diese Edit-Sache sehr wichtig. Bedeutet, erstmal können wir hier nachschauen, in dem Selection-Fenster, wie viele Vortexes haben wir eigentlich markiert. Hier sind es in dem Fall 8. Ein Würfel hat halt 8 Vortexes. Deswegen sind auch alle markiert. Ist immer ganz wichtig zu wissen, falls man sich nicht sicher ist oder auch nicht sieht, ob man irgendwo mit einem Rahmen mehr Vortexes angeklickt hat, als man möchte. Beziehungsweise ist es dann auch noch wichtig, für spätere Funktionen nachzuprüfen, ob da was passiert ist oder nicht. Demnach markieren wir das. Und gehen wir mal zu den wichtigen Funktionen. Und da ist die wichtige Funktion bei den Würthes ist die Weld-Funktion. Wenn wir jetzt hier draufklicken, passiert aktuell nichts. Das heißt, wir klicken auf dieses Fatstar nebenan und sehen dann hier, dass wir jetzt zum Beispiel ein Threshold, also ein Grenzwert, nennen wir es mal, von 0,1 haben. Das heißt, alle Würtheses, die weniger als 0,1 Meter auseinander sind, werden hier zusammengefasst. Das heißt, wenn wir das jetzt alles auf 10, 20 gehen und jetzt mal Eingabe-Taste drücken, dann sieht man, haben wir zuvor 8 und danach 2. Das heißt, wir zerstören uns quasi dieses ganze Objekt. Deswegen machen wir das Ganze nicht. Aber man sieht schon, es werden dann halt die Würtheses so zusammengefasst. Und ja, das ist halt eine wichtige Sache. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist dann das Ganze zu einem Ziel zusammenzufassen. Demnach markieren wir uns jetzt, nein, brauchen wir nicht mal. Wir klicken einfach nur auf Target Belt. Dann sehen wir wieder hier, dass dieses Kreuz erscheint, wenn wir über einen Vortex fahren. Klicken den mit links an, lassen gedrückt. Und dann sieht man hier so, jetzt sieht man es am besten, so eine tolle gestrichelte Linie. Dann gehen wir auf den, also zeigen wir auf den Vortex, wo wir hinwollen. Dann lassen das Ganze los und haben dann hier so eine seltsame Form erschaffen. Und demnach haben wir zum Beispiel nur noch 7 Würtheses, sieht man ja hier. Bei einer Edge sieht das Ganze ähnlich aus. Es gibt zum Beispiel dann die Möglichkeit, einen Vortex einzufügen. Das heißt natürlich, wenn man einen Edge selektiert hat, die Funktion Insert Vortex ausgewählt hat, kann man dann auf diese Edge klicken und da einen Vortex einfügen. Das ist nicht ganz so gut, muss man sagen. Also das kann passieren, dass man die Darstellungsmöglichkeiten dadurch außer Kraft setzt. Das bedeutet, man hat ja entweder konkave oder konvexe Formen. Also konvexe Formen werden normalerweise dargestellt. Die sind ja nach außen gewölbt. Bei konkavenen Formen kann es zu Problemen kommen bei der Darstellung. Deswegen sind die am besten zu vermeiden. Also im Endeffekt, wie gesagt, die Intel-Vortex-Funktion ist nicht so wirklich zu empfehlen. Die zerstört übrigens auch das komplette Mapping. Deswegen baut lieber so, dass ihr irgendwas zusammenfasst. Also von mehreren Würtheses auf kleinere Sachen geht, als irgendwie weniger Würthes zu haben und dann was anderes zu erstellen. Natürlich kann man auch weitere Sachen machen mit den Edges wie zusammenfassen. Extrudieren kann ich jetzt gerade nicht empfehlen, wenn man nur eine Edge ausgewählt hat. Aber man sieht schon, was so möglich ist und was man so für Funktionen besitzt. Ob die natürlich nur sinnvoll sind, ist die andere Sache. So, Border ist natürlich etwas ähnlich. Man hat aber schon die zuletzt vorgestellte Funktion Cap, die sehr, sehr nützlich ist. Das Polygon ist natürlich das Wichtige. Damit arbeitet man, also man arbeitet mit Vertex-Mode und Polygon-Mode am meisten. Eine gute Funktion dazu ist zum Beispiel die Flip-Funktion. Das heißt, man sieht es nur dadurch, dass jetzt das so dunkel dargestellt ist. Ich habe da gesagt, die Backfaces sind aktiviert. Das heißt, man sieht auch die Rückseite des Polygons, die man eigentlich später in Lotus nicht sieht. Demnach ist jetzt dieses Polygon sehr dunkel markiert. Nur zum Vergleich, das ist hell, es zeigt nach oben und zeigt in unsere Richtung. Dunkel, es zeigt in den Gegensatz der Richtung, wir würden es nicht sehen. Dann gibt es natürlich noch weitere Funktionen, die jetzt hier auch wirklich wichtig sind in der Hinsicht, dass wir zum Beispiel die Inset-Funktion haben. Das heißt also, hier wird ein Poly erstellt, was halt in dem bisherigen Poly liegt. Und da wird einfach von jedem Vertex, ein Meter in dem Fall, wie man sieht hier, die Zahl 1,0, wird ein Abstand genommen. Und wenn wir jetzt auf OK klicken, jetzt haben wir es auch, dann haben wir hier eine weitere Form erschaffen. Da können wir jetzt natürlich gleich zur Extrude-Funktion kommen. Die kennt man vielleicht schon von anderen Sachen. Das heißt, hier wird einfach dann in dem Fall 10 Meter raus extrudiert. Und ja, da kann man jetzt noch weitere Sachen nehmen. Zum Beispiel, wie well, sieht man schon. Da wird Inset und Extrude zusammen angewendet. Das heißt also, es wird verkleinert und nach außen gezogen. Dann noch Outline, das heißt so etwas Ähnliches wie Inset ohne die Ausstellung von einem weiteren Polygon. Bei den Polygonen ist noch wichtig die Funktion Quick Slice oder allgemeiner Slice Plane. Ich würde das Slice Plane nicht unbedingt empfehlen aus dem Grund. Das dauert Ewigkeiten, da ist man mit Quick Slice besser. Das heißt also, wir klicken jetzt auf Quick Slice und können dann hier irgendwas reinschneiden. Also man sieht wieder die gestrichelte Linie. Am besten macht man das natürlich in der Ansicht von oben oder von der Seite, nicht in der Perspektive-Ansicht. Weil hier kann es zu Unterschiede durch diese mäßig verzerrte Ansicht kommen. Das heißt, man klickt einmal, zieht dann diese Linie auf, klickt nochmal, dann ist es geschnitten. Und klickt nochmal, dann ist es akzeptiert. Demnach haben wir jetzt hier zwei Polygone, die sind zerschnitten. Fun Fact am Rande, das zerkloppt einem auch das Mapping. Aber man braucht diese Funktionen öfters mal. Bei Element hat man weitere Funktionen, wie zum Beispiel Flip, die, ja, jetzt ist das Ganze nach innen gewirbt. Ja, das ist also jetzt nicht das, was man schon kannte. Was noch ganz wichtig ist, dazu verform ich das Ganze jetzt mal hier ein wenig. Hier ist natürlich dann auch die Verschiebe-Rotations- und Skalierungssache. Das ist hier oben in der Symbolleiste. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Select and Move, auf diese lustigen vier Pfeile klicken, dann können wir hier über das Gizmo zum Beispiel das Teil verschieben. Man sieht schon wieder hier, wir haben jetzt eine konkave Form erstellt und hier kommt es schon zu Darstellungssphären. Das heißt, nope. Lassen wir das mal. Was aber hier gut sichtbar ist, wenn wir jetzt wieder auf Polygons gehen, alles markieren, kann man natürlich auch Tasten, kann man jetzt irgendwie STRG A verwenden. Dann sieht man hier, dass Smoothing Groups aktiviert sind. Das heißt, 3DS Max versucht diesen Rotz, den wir gerade erstellt haben, noch irgendwie wieder richtig darstellen zu können und denkt sich halt eine Möglichkeit aus, wie man das darstellen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Smoothing Group anklickt, wird das halt gesmoved. Das sieht hässlich aus. Und dann, wenn man wieder draufklickt, wird die demarkiert und demnach sieht das wieder normal aus. Smoothing Groups kann man natürlich dazu verwenden, dass man dann diverse Regionen anders smootht. Braucht man sehr selten zugegeben. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas erstellt hat, wie ich hier und möchte sagen, okay, nimm keine Smoothing Groups, weil diese ja nur, die sind nicht aktiviert, weil wie gesagt, aktiviert sind sie so. Aber man merkt schon, dass das Darstellungsfehler existieren. Das heißt, wir gehen hier unten auf Clear All. Ja, es sind wieder alle Smoothing Groups resettet. Und ja, das macht noch nicht das Objekt wieder schöner, das wir hier dargestellt haben. Aber es setzt wieder alles, es ersetzt das komplette Objekt in den Flat Shading Mode. Das heißt also, es wird nichts gesmoved. Es wird einfach nur so, wie die Kanten sind dargestellt. Ohne irgendwelche Rundungen drin und so weiter. Ziehen wir das wieder raus. Ungefähr so sah es vorher aus. Ist jetzt nicht ganz so wichtig, wie das genau aussah. Kommen wir nun weiter zu den Verschiebe-, Rotations- und Skalierungsreglern. Weil ich arbeite ja zum Beispiel gerne mit irgendwelchen festen Zahlen. Das heißt also, wenn wir jetzt Rechtsklick auf diese vier Pfeile machen, dann kommt hier unser Transformfenster. Das heißt, wir sehen schon, ja, es befindet sich hier irgendwo. Und wir können jetzt die Werte anpassen. Zum Beispiel geben wir jetzt einfach ein, minus 6. Und 10 ist vielleicht ein bisschen hoch, also 9,7. Dann ist es wieder ungefähr an der Ausgangsposition. Und fast über dem anderen Polygon. Äh, fast über den anderen Vortex. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt den Wert anschauen und den Wert kopieren, die Werte kopieren würden, dann könnten wir die einfügen. Und wäre wieder exakt über dem anderen Vortex, dieser Vortex, den wir gerade bearbeiten. Das Ganze geht natürlich auch mit Rotation. Natürlich ist es bei einem Vortex nicht ganz so sinnvoll. Das geht dann eher bei irgendwelchen Polygonen. Wie gesagt, wenn man jetzt hier irgendwas rotiert, passiert nichts. Weil, ja, machen wir das lieber hier so. Ist natürlich schon ausgewählt, weil das immer noch markiert ist. Kann man natürlich auch hier wieder mit irgendwelchen anderen Sachen bearbeiten. Wir gehen aber kurz hier drüber. Das heißt, es wird ein bisschen so rotiert. Sieht alles recht seltsam aus, was wir hier machen. Aber so funktioniert das Ganze mal. Und natürlich noch die Skalierung geht auch. Das heißt, wenn wir da rechtsklicken draufklicken, ist es meistens so, dass bei Polygonen die Eingabe von konkreten Zahlen nicht möglich ist. Das heißt, wir schnappen uns hier das Gizmo. Und dann haben wir hier bei dem Gizmo die einzelnen Seiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier auf das Y geht, dann sieht man, dass das so skaliert wird. Da das ja so schräg ist, wird nicht der Effekt erzielt, den wir gerne hätten. Wenn man jetzt zum Beispiel so zwei Achsen auswählt, dann kann man das natürlich anhand dieser zwei Achsen skalieren. Oder alle drei Achsen wären dann die komplette Auswahl. Man sieht übrigens unten, ich gehe mal mit der Maus hin, hier sieht man dann, welche Werte eingestellt werden. Zum Beispiel bei der Skalierung ist das ganz wichtig, wenn natürlich die konkrete Zahleneingabe deaktiviert ist, muss man natürlich dann über diese Werte hier zu helfen wissen. So, das waren die ersten Grundfunktionen. Dann geht es in der nächsten Folge darum, wie man am besten eine Textur aufbringt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wie gesagt, lasst Feedback in den Kommentaren da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.